Andrea Vendramin war 71. Doge von Venedig. Vendramin war einer der reichsten Venetianer seiner Zeit. Seine Familie war erst 1381 im Zuge des Schotscha-Krieges in den Stand der Nobili erhoben worden. Vendramin bekleidete verschiedene Ämter im Dienst der Republik, war Prokurator und venezianischer Botschafter am Vatikan. Er war verheiratet mit Regina Gradnego. Das Dogenamt. Vendramin wurde am 6. März 1476 zum Dogen gewählt. Während seines Dogats zerschlugen sich die Friedensverhandlungen mit den Türken. Die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Türken führten zu schwersten Nachteilen für die Republik. Grabmal Vendramins Grabmal wurde von Taglio und Antonio Lombardo für die Servitenkirche geschaffen. Nach deren Zerstörung wurde das Grabmal im Presbyterium der Kirche Santi Giovanni e Paolo rekonstruiert.